Musik Um 7 Uhr stehe ich auf, ich bin morgens immer voll fit. Ich sehe mich an und danach esse ich Joghurt mit Müsli und ich genieße ein Glas Wasser. Musik Ich habe immer reichlich Zeit. Musik Um 7 Uhr 46 rade ich zur Schule. Musik Ich besuche Aarhus Statsgymnasium und besuche die Klasse 1. D.E. Musik Auf meinem Gymnasium hat man höchst 4 Stunden oder lektionen, wie wir sie nennen. Ich besuche Aarhus Statsgymnasium und besuche die Klasse 1. D.E. Bei uns 90 Minuten. Musik Das Gymnasium ist wie die Oberstufe in Deutschland und dauert 3 Jahre. Wenn ich in der Schule angekommen ist, checke ich welchen Klassenzimmer, das wir uns richtig haben. Alle Klassenzimmer haben eine Nummer. Musik In der Pause esse ich oft mit meinen Freunden und habe eine sehr schöne Zeit. Musik Nach der großen Pause habe ich noch zwei Lektionen und ich bin voller Energie. Musik In meiner Freizeit arbeite ich in einer Kaffeebar, nämlich Brassung. Ich liebe meine Arbeit, ich mache Kaffee und meine Mitarbeiter sind sehr nett. Musik Nach der Arbeit habe ich noch viel Energie und mache Hausaufgaben zu Hause. Ich habe viele Hausaufgaben. Ich muss zweimal die Woche Aufsätze schreiben. Musik In der Woche gehe ich zu beden, sodass ich am nächsten Morgen frisch und fröhlich bin. Musik Musik